Moin Zockerfreunde! Willkommen zu der neuen Folge Spiritfarer. Und er hat schon wieder was Neues. Voila. Irgendwut. So, was hat er denn? Corn Dog. Tomatensamen. Knoblauch-Samen. Das ist vielleicht noch nicht schlecht. Knoblauch habe ich noch nicht. Jetzt haben wir hier Abethyst. Ich weiß nicht, brauchen wir Honig. Epi-Trank. Kenne ich noch nicht. Pfirsich-Samen brauchen wir auch nicht mehr. Zitrine auch nicht. Talseil brauchen wir noch nicht. Wenn, wissen wir ja... Ich weiß nicht, ob wir die Tomaten brauchen. Aber... Kartoffeln ist jetzt auch erstmal... Viel habe ich davon noch nicht. Ich... So, und ich habe... irgendwie... aufgeschrieben. Ich brauche zehnmal Quatser, ne? Ich brauche zehnmal Quatser, ne? Auf. Ja. Genau. Auf. 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 So, das machen wir noch mal. Mann, das ist aber laut, ey. Ich weiß nicht, ob ich auf deinem Schiff nur mehr Geisterkirche gebe, denn könnte Jacob eine Spielkamera nehmen. Andererseits mag ich das auch, dass er mein Freund ist. Er kann sie sehen. Sie machen ihn traurig in der Bekopp-Jagd. Und dank Jakob kann ich ihn aus dem Weg gehen. Einmal hat er mich in die Nase gebissen. Wusstest du das? Dann habe ich das Licht eingeschaltet und hat Angst bekommen. So läuft das mit dem Staubschein. Sie fürchten sich total völlig. Deshalb verstecke ich mich in den Schatten und niemand kann sie sehen. Deshalb mögen sie deine Gürtelschnalle auch nicht. Sie streiten mich sein. So, ich weiß nur nicht mehr, wofür ich es brauche. Aber das werde ich ausfüllen. Irgendwas muss ich bestimmt bauen. Hütte schon? Nee. Ähm, arbeiten vielleicht? Oder war es bei dem Hai? Da, Quarzpulver. Jetzt brauchen wir noch Zink-Bugger in acht Stück. Das können wir auf dem Weg dahin machen. Rede mit jemandem bei der Prüfung des EMBH. Genau, deswegen bin ich hier. Erstmal wieder klarkommen. Das ist halt, wenn man mal länger raus ist. Man spielt den ja doch ein bisschen mehr. Was geht? Ich bin Markus. Jo. Ich rappe einfach nur so. Ich leite einen kleinen Vertrieb, aber die Dice-Boys sind gerade voll angesagt. Sie bringen neue Energie in die Szene. Beschissen. Das wollen die Leute. Ich kann das Publikum nicht davon abhalten, nach dem guten Zoll zu verlangen. Geschäft ist nun mein Geschäft. Danke für den Plan. Schönen Tag. Die Dice-Boys präsentieren. So, dann müssen wir einfach kurz pennen. Jetzt kommen wir eh nicht weiter. Ich muss ein bisschen zu Albert. Und dafür brauchen wir nochmal was. Zinkbaren sechs Stück. Zinkbaren sechs Stück. Zinkbaren sechs Stück. Hier. Zinkbaren sechs Stück. Zinkbaren sechs Stück. Jetzt habe ich es versaut, wa? Ich habe es gepasst. So, wir sind aber da. Die fressen immer die Feuerlugen weg, die Schweine. Okay, ich muss gleich erstmal die Schafe einfärchen, so langsam geht mir das auf den Sack. Ist ja eh eine Aufgabe, ne, von dem einen da. Oh oh, ha, du zerkleiners Gerd Steine, ich halte das für Zeit verschwunden. Was willst du denn mit dem ganzen Sack? Etwa eine Sattwärmung öffnen. Das war's. Reißbrett ist komplett. Schiffsgröße 16.000. Ich weiß gar nicht, wie ich hab auch genug. So, was brauch ich eigentlich dafür? Nochmal Zinkbarren. Das heißt, ich müsste mir ein bisschen Zink besorgen. Könnte ich das auch schon machen? Mach das Schiff 40% schneller. Gucken wir doch mal, wo wir gleich Zink herkommen. Äh, herbekommen. Oh, Entschuldigung. Hust, Hust. Oh, Entschuldigung. Hust, Hust. Läffen, ich brauche Zink. Kalkstein. Kupfer. Schiefer. Hetzend. Kupfer Zink da, also müssen wir nochmal zu den South Point Docks waren wir doch gerade also bis jetzt nur bei den South Point Docks bauen, jetzt haben wir doch bestimmt Kuhstall äh, Kuhstall will ich jetzt noch nicht da die Schmiede wir brauchen Quarzpulver zwölf und Kometenpulver fünf das machen wir erstmal zwölf und fünf fünf zwölf fünf fünf und fünf 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 Das war's für heute. La 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 So, Kometen 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 naja ich probiere es na klar was soll nachher ist dann wieder so dass ich nichts da habe ich mich zu lahm hier ja 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 Das war's. Das war keine gute Runde, aber egal. Ein paar hab ich. Ich weiß immer noch nicht, auf welcher Insel ich Giovanni. So, bauen. Schmiede. Jetzt wollen wir fünf Pulsarbacken. Okay. 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 Das war's für heute. ich kann die schmiede auch erst mal dann sammeln wir ein bisschen zink und dann fahren wir zu olga verteilen das zink also vermehren das zink das ist marmor cool eisen das sieht doch aus zwei stück musik auf dem film so 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 jetzt will ich gleich erstmal gerne noch mal die schmiede schmiede bronzeplatte kupfer und aluminium zinkbarren platzpulver und so kram also hier brauchen wir ordentlich was soll ich jetzt schlafen eben erst mal in diesem sinne würde ich sagen ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge da fahren wir dann mal eben wie die schildkröten damen ab glaube ich um ein bisschen kupfer und so kram wenn ich kupfer zink zu farmen vielen dank fürs zuschauen und bis denn abonniere